Heute ist der aller schönste aller schönste Frühstück Lemonade ist super cool Es ist so krankvoll Irgendwie Also In-N-Out Burger gibt es Glaub ich nur in Kalifornien Bin mir nicht sicher Und deswegen ist es hier so Überstelle Renner Gucken wir mal ein paar Plätze an Alles voll Ich glaub im Drive-In steht man Safe 2 Stunden Es schmeckt halt auch krass Jaaaa Wir haben schon die Animal Fries bestellt Ich weiß nicht was da drauf ist Irgendwie Soße, Käse und Zwiebeln Zwiebeln Und jeder einen Double Burger Und einen normalen Fantastisch Fortnite Stretcher Hatte dich erkannt? Ja Heute ist hier wirklich die Hölle los Ich wurde grad fast von einem Hütchenspieler abgezogen Yo, es geht Wir gehen jetzt gerade auf den Flohmarkt Der kostet Eintritt Das ist so riesig hier kein Sinn Ich weiß nicht was man hier kaufen soll Bei einem Flohmarkt Robert hat richtig große Erwartungen Mehr in den Spiegel Komm jetzt in den Spiegel Man muss sich immer alles haten Hier ist einfach so die Schule Guck mal wie cool Perfekt Thai School Ich würd so gerne da reingucken Und so die Spins Und so Das ist jetzt alles so mit Street Food Thai Fisch Betty Karibisch Philly J's Steaks Berries Café Hier gibt's glaube ich Juices und so Keine Ahnung wo wir hier gelandet sind Einfach das ist jeden Sonntag an der Schule Leute Ich will auf die Schule gehen Home of the Lions Flohmarkt war ein Satz mit X Robert hat leider keinen Spiegel gefunden Ein Stuhl hat ihm gefallen Aber den konnte er nicht mitnehmen Wegen Flug und so Gehen wir einfach auf den Flohmarkt Aber ich fand's einfach cool die Schule zu sehen Kann ich mich nicht Jünger machen Und dann noch mit Highschool hier gehen Und dann noch mal College auch mitnehmen Die sind vor dem Laden sogar Oh Gott Protestieren gegen Urban Outfitters Was ist das? Bürger ohne Brötchen und ohne Soße Aber du lasst ja selber drüber Wir finden seit 10 Minuten das Handy nicht von Ron Und es dreht hier überall Ey Jungs Nein 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 Das ist chillig Wir gucken gerade alle den Film Und warum ist der Film Nice Alex hat jetzt ihr Handy verloren Ja Jetzt rüchst du es Ich rüchst wie kann man denn selber nicht davon aufwachen das ist mein gutes recht was macht der denn so beginnt unser tag unser letzter tag leute wir kommen morgen wieder aber dafür ist unser allerschönster tag wir gehen zu l lakers spiel und wir haben reihe eins tickets davor also es gibt kurzzeit und dann gibt es noch irgendwie a und b und dann sind wir reihe eins ich habe keine ahnung auf jeden fall steht da reihe eins weiß ich ganz genau wie nah wir dran sind wir sind direkt hinter der lakers bank extra damit wir möglichst gute aufnahmen von lebron und so lebron 37 jahre alt krank dass wir den noch mal in echt jetzt zu sehen bekommen und so wie cristiano ronaldo beim fußball für die nicht freaks ja ich freue mich sehr und ab morgen also das video kommt dienstag online ab mittwoch bin ich wieder in deutschland fliegen 14 stunden 15 stunden keine ahnung echt unangenehm aber mittwoch sind wir wieder da und dann können wir wieder streamen folgt uns auf twitch folgt uns auf twitch daily streams beide oder wir streamen beide jeden tag also wer uns noch nicht kennt könnt gerne twitch abzeichen und instagram bitte waren jetzt einfach 14 tage in amerika geist krank wir haben new york gesehen wir haben miami gesehen l.a. und jetzt der letzte tag aber ich freue mich auch voll wieder nach hause zu kommen ich will wieder mit elli spielen und ich will streamen einfach so ii stream ist immer so auf kampf so mit handykamera und so aber man will einfach zu hause vor dem scheiß pc sitzen und irgendwelche games zocken ist viel geiler wir müssen auch noch einen corona test machen guck mal wie das hier aussieht wie unoffiziell es regnet einfach leute und prime sind übrigens game changer guck mal wie schön fruchtig die haare von denen sind so wo sind wir bei backyard mode ich liebe es hier warum regnet es der allerschönste tag beginnt natürlich mit einer backyard bowl das drink habe ich einmal peach ginger und wassermelonen limette gestern haben wir ja so viel kacke gegessen also bauchschmerzen hatte und sowas und deswegen heute wieder nur gesund und warum sieht es hier cool aus wegen den palmen mann schwarz-weiß regen und musik weiter laufen so guter content creator bin ich mein gott hier war unser hotel mit hertha da war patrick holmes drin guckst du nfl war mit patrick holmes da im fahrstuhl wir haben uns natürlich an alle vorschriften gehalten deswegen machen wir jetzt noch einen test jetzt wieder rahmen gegessen wir müssen auf unser corona result war es vulkan rahmen choice of spicy der wissen da so bin mal gespannt vulkanu bowl hört sich sehr feurig an ich habe schon wieder mein portemonnaie verloren ich habe jetzt schon geschafft meine ec karte zu verlieren und jetzt habe ich auch noch mein portemonnaie verloren wo mein perso drin ist mit krankenkassenkarte mit kreditkarte aber mein reisepass habe ich also ich komme zurück das ist wichtig so unnötig dir gar immer dieser stress man personel beantragen und wir sind jetzt endlich im uber richtung staples center slash crypto.com arena was geht denn hier ab was geht denn hier ab ich bin mir das kostet wo du warst da kann man noch gar nicht gechillt gucken da ist es wir sind wieder im timescale gefühlt was geht denn hier ab cool boah da sind noch statuen was ist das? ich glaube karim ja ja Nummer 12 ne 32 magic johnson so wir müssen jetzt unsere section finden wir sind 119 3 a 1 das stadion sieht ähnlich aus wie bei dem netz bin gespannt wie es ist wenn wir reinkommen in die halle und leute das stimmt ich habe es dir doch gar nicht erzählt ich habe eine wette 500 euro auf lakers sieg und russell westbrook ihr wisst ja er war lange mein lieblingsspieler aktuell in der formkrise wird hier gehatet wie sonst was aber ich stehe zu ihm ich versuche heute zu ihm zu stehen er muss 20 punkte machen lakers übrigens auch außenseiter juta ist dritter platz lakers ist neunter platz oder so von daher ist es auch ein gutes spiel juta jazz mit donovan mitchell mit bogdanovic mit rudy gobert wird cool unsere plätze sind dort dort so so Reihe 1 aber es ist Fake Reihe 1 es ist Fake Reihe 1 genau vor uns ist die Bank von Lakers die Halle ist so riesig alter die ist viel größer die Halle doch Junge guck mal wie weit das wie breit ist das so 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 oh Gott wie sind die beiden guckt euch an wo wir sitzen Digga rot ach du Scheiße nein aber man sieht nicht richtig was wir sind zu weit unten wir sind einfach zu weit unten Digga aber die Bank ist hier einfach die Bank ist hier da sitzt die LeBronusse gleich oh Gott mein Herz Digga einmal so ein schlechtes Selfie hier ja die sind hier Leute weg aus ja die sind auch so riesig in echt ja die sind auch so riesig in echt so ne Wimitsche sehen jetzt erst das ist der Slave von Utah Entschuldig Mann Digga ich hab keinen Sau zu führen Leute oben sind noch die Jerseys in den Campen mal zweimal Kobe krekt die sind doch Ding manten klub ich brauche dich heute ich brauche dich heute Ja ist der überhauptster Spieler ss sowas warst cops ist der Po bein Ich bin noch gespannt, ob wir heute Rapper treffen, weil NAKA sind so oft Rapper da. Wir sitzen wirklich zu weit unten. Wir sitzen wirklich. Leider zu weit draußen. Ich stehe bei Bengi an die Hose. Wir sind in der Beste der West Bay Conference. The Utah Jazz. Ja, das ist schämlich. Haben die mal getroffen? Grüß Gott, ich weine! Ach so, heute ist Martin Luther King Day, hab ich vergessen. Was passiert hier? 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 Und was war die Nummer 0, 6, 3, 14th, dieses in UCLA, Russell Westbrook. White Power. We have more players, Nummer 6, 6, 9. 19th campaign from St. Vincent, St. Mary's High School, LeBron James. Let's go for us, come on, come show us. Come on, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. I mean, I'm put out the lead. She ain't got on me, I don't clean, I'm wet, I'm wet, I'm wet, I'm wet. He's a career. Three-pointer. Goal! Der Rookie! Thank you, thank you, thank you. That's what happened. No, 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 no. Let's go, bro! Let's go! Let's go! I missed the hand! Let's go! I missed the hand! Thank you, that's my nice. Thank you, thank you, thank you. Bravo! 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 LeBron has made our first bucket. It's the first bucket. That's a crazy thing. Oh my fault. But also not funny. Ohhhhhhh! LeBron! LeBron is hot. It's close to the player now. Ohhhh! That's not true. He's so good, team. Let's go! Ich werde jetzt eigentlich nicht mehr so viel Spielszenen filmen, vielleicht am Ende, wenn es spannend wird und zwischendurch ab und zu. Es sind erst drei Minuten vergangen, sonst habe ich die ganze Zeit mein Handy draußen. Was ist das denn? Komm Russ, noch mal hinterher! Der weltberühmte Bangshot von Russ. Russ heißt, nein, nein, nein. Was? Was? Ich habe zu viel. Ich habe zu viel. Ich habe zu viel. Ich hoffe nicht. Sie hasst ihn auch. Sie sage so. No, no, no. Oh, der Front sitzt da. Ohne Hand, ist so Leute, mein Fuß ist hier. Ist so. Er ist gerade beim Trainer beschwert, aber er sagt zum White-Mail, guck er auf. Halt rein! Er war früher bei Lakers. Er war Rookie bei Lakers. Eigentlich würde er hier kommen. Er hat so laut geschrien. Er ist noch nicht mal vorbei. Ich würde uns kurz was zu essen holen, weil in den Viertel und Hellzeit-Pausen sowieso alles voll ist. Aber ich weiß nicht was, hier gibt es alles. Hier gibt es Tacos, hier gibt es Chicken. Ich glaube, jede Fastfood-Kette ist hier drin. Ich glaube, nächstes Mal hol ich hier so 10. Reihe-Karten. Jesus, cool. Aber der ist bald nicht so nah dran. Wir haben nur noch 15 Punkte. 15. Ich stehe gerade 37 zu 31. Wir glauben ihn alle. Was wird was laufen? Sehr gut. Abroad King, 3 turns from the Lakers. Good shit, Taylin. Du hast das Shirt gekauft und dann gibt es gleich wieder zurück. Nee, schluss. Ich hab mir auch gedacht. Du hast gesehen, ich hab mir doch auch gedacht. Sie gibt es wieder zurück. Sie gibt es wieder zurück. Das ist eine Very-Groß. K 9-0 ist Frage. Wir haben auch eine Infektion gehabt. Ja, das war es so! WAAAH! 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 Du hast nicht gebt! Bist du es nicht? Nein, 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 nein! Wir haben nicht gebt! Hört jetzt wie lautst du? Hört jetzt wie lautst du? Mach mal ein paar Geräusche mit dir. Okay, Hälfte jetzt. Sechs Punkte Burschpunkt für Lakers. Ist okay. Ist okay. Ich hab gekauft. Hier ist mein letzter Abend. Im Stadion. Zwei Bierchen rein. Also was sind jetzt genau zur Hälfte zehn Punkte? Ich brauch noch mal zehn, oder? Ich brauch noch mal zehn, mein Mann. Und du es. Dime. 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 Nein. Nein. Es wird zurück vorbei. Sechs Punkte durchgestanden. Was ist der Westbrook mit zehn Punkten? Es sieht grausam aus. Was ist jetzt? Wavecheck. Auf 100.000 Euro. Ja. Sechs Punkte zurück. Es ist alles noch drin bei Basketball. Easy, easy. Leute, es gibt wieder was zu gucken. mals hat man es noch nicht an der zur Seite auf den Barschpunkt fliegt. Auf 100 Euro. Ich kann das gerade ausbrechen. Langsam wird die so laut. Jeder Korb, jede Defense. Beweise ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Was kommt nicht rein? Wir verkaufen ihn so. Jetzt hab ich mich gehört. Ich hab gesagt, wir wollen ihn verkaufen. Oh yes! Jetzt rein und mach 10 Punkte, du Arsch! Let's go! Hey, Glatzko! 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 Ja! Gut, Rats! Gut! So krass, hier so nah dran zu sein. Ich bin jetzt vorbei und auf zu spielen. Das war's für heute. Der Letzte, der Letzte ist verfeuert. Du hast 50 Punkte gemacht. Was? Gewinn ein Toil wenigstens. Ja, hier. Nein, ich bin hier. Wer jetzt? Das ist eigentlich voll eklig. Ah, hier folter ich drüber, Loser. Den kenn ich. Wer ist das? Oh, Feedback. Spiel war geisteskrank anzugucken. Lakers war 1000-mal geilere Stimmung als bei Brooklyn. Vielleicht auch, weil sie gewonnen haben, keine Ahnung. Aber allgemein war richtig krass. Es war geil, so nah dran zu sein an LeBron James, an Russell Westbrook, was weiß ich, alles. Mellow, AD, alle waren da. Das Einzige, was getriggert hat, dass wir uns immer strecken mussten, damit wir alles sehen. Sobald einer vor uns irgendwie stand oder so, dann hatten wir ein Problem. Auf jeden Fall, Lakers League habe ich gut erschnüffelt. 2-6er-Quote. Russell Westbrook war vorgewählt von mir, weil ich auch selber hat mit 15 Punkten gefinischt anstatt 20. Passiert den Besten. Aber ich wusste, dass Lakers irgendwie gewinnt. Jutta hat gestern gespielt, Lakers hatte frei, LeBron war sauer. Lag auf der Hand, 2-6er-Quote mitgenommen. Ich hoffe, es kam alles so gut wie möglich rüber bei euch. Ich bin jetzt hier wieder vor... Vor dem... Sehen. Entschuldigung. Ich hoffe, es kam alles so gut wie möglich rüber. Ich wusste gerade nicht, was Innenkamera heißt. Ich meine gerade, Inside-Kamera. Ich hoffe, es kam auf jeden Fall gut rüber. Ich hoffe, ihr bekommt geile Szenen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Es ist kostenlos. Ab morgen bin ich wieder in Berlin. Wieder Streams Daily. Freut mich auch, dass ich dann wieder das machen kann. Nicht die ganze Zeit mit einer scheiß Kamera rumzulaufen. Ich muss noch mal Danke sagen an die ganze Truppe, die hier war. Nico, Ron, bla bla bla. Alle sehr korrekt gewesen. Nicht schon üblich, weil wir das erste Mal zusammen Urlaub waren. Aber wieder eine sehr, sehr coole Zeit. Dann auch das für Miami. Ich war zum ersten Mal in Miami. L.A. war sehr cool. New York war cool. Echt eine coole Zeit. Und da muss ich mich auch bei euch bedanken, dass ich halt auch von hier arbeiten kann mäßig. Aber dann geht an euch auch ein dicker Kurs raus. Ich hasse sowas zu sagen. Ich halte mein Maul. Ich würde sagen, ich beende den Vlog auch direkt hier. Hab keinen Bock mehr. Morgen Rückflug, elf Stunden. Oh, das war eine coole Zeit mit hier in L.A. Echt ein super Reisepartner. Hat mir sehr gefallen. Sehr unkompliziert. Keine Streitereien. Alles easy peasy. Leute, lasst noch mal Liebe da in den Kommentaren. Ich küsse euch alle. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du nicht raus. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus. Ich bin dein Wingman. Steck mir gerade rein. Noch aus und was willst du mich streamen. Mit dem Legen kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Boah, bis jetzt. Yeah.